Hallöch meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Clockwork Tales, die Geschichte von Klaz und Ink. Wir sind gerade in, ja in der Küche und gucken uns jetzt hier weiter um. Wartungsprotokoll. Wenn das Wasser in den Rohren gefriert, muss ein Feuer gemacht werden. Ich muss wohl ein Feuer machen, um mein Getränk zu erhalten. Warum brauchen wir denn ein Getränk? Am Boden liegt ein Schlüssel, aber ich komme nicht heran. Ah, Wappenteile brauchen wir eins von vier. Das Wasser wird durch einen Dampfmaschinen abgepumpt. Keine Hitze, kein Wasser. Ist hier sonst noch was? Ach, ein Spiel, okay. Schiebe die Schlüssel an die vorgesehenen Stellen, um den Schrank zu öffnen. Ach, den hier, okay, ich verstehe. Kann man auch so schieben? Geht das? Geht das? Nein. Hä? Bin mir auch schon gewundert. Das geht aber. So. So, Nummer eins. So. 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 Wir halten noch so ein Wappenteil. Gut. Schade, dass die Musik jetzt aufhören, dass sie wieder still ist. Die Musik ist ja echt schon schön. Der Speiseaufzug bringt das Essen nach oben, aber er ist verschlossen. Haben wir nix. Kein Schlüssel. Oh. Don't let anyone near this elevator until I come back. So. So. A family's heirloom opens the elevator. That's one. Und Steam Roboter guarden die Tür. Das ist auch. Wer hat die Golemwächter los? Guck mal hier. Das war der, oder? Golemus Parasitus. Eine Golemlaus. Diese Kreatur hängt sich an mechanischen Menschen und trinkt das Motoröl aus ihren Tanks. Da ist es so wichtig, Golems jährlich zu überprüfen. Die kleineren Roboter scheinen genauso böse zu sein wie die Großen, wie der Große. Wer hat die Golemwächter los? Zwei mechanische Wächter bewachen den Eingang zum Aufzug. Wie kann ich sie besiegen? Oder beseitigen? Was haben wir denn hier? Aufzugsschlüssel. Ah ja, hier. Der Aufzug meinen sie. Oder? Genau. Die Kette hält mein Gewicht nicht aus. Ich muss sie verstärken. Hier ist erstmal ein Wimmelbild. Saubere Pfanne. Okay, dann müssen wir erstmal eine Pfanne noch sauber machen. Dann haben wir schon mal den Haken. Äh, die Pfanne. Saubere Pfanne. Die Pfanne ist total schmutzig. Ich will sie gar nicht anfassen. Achso, das ist ein Käse. Wir brauchen noch eine Maus. Die Frage, wo wir die hin tun müssen. Ich lasse erstmal da drin. So. Hier haben wir was, um die Pfanne sauber zu machen. Chilischoten. Dann haben wir hier. Wir brauchen drei Käse. Eins. Zwei. Und Nummer drei. Da ist die Reibe. Pilze. Ein Buch. Brauchen wir auch noch. Geben wir das Buch. Da haben wir sie. Dill. Sieb ist auch da. Eigentlich wollte ich das Sieb vorher nehmen. Ein Adler. Das ist wahrscheinlich was aufgemalt, oder? Adler sind immer so aufgemalt. Also so meistens. Ach, da ist die Maus. So. Haben wir dich auch. Jetzt fehlt bloß noch der Adler. Ah, noch ein Kelch. Ich glaube, wir haben schon ein Kelch gefunden vorhin. Das ist der Kelch. Ich habe doch gesagt. Der Adler ist immer aufgemalt. Oder halt so eine Aussparung. Okay, jetzt bloß noch ein Pilz. Ähm. Pilze. Gut. Wir haben etwas Nützliches gefunden. Einen Haken. Was ist denn hier unten eigentlich? Eine dampfbetriebene Wasserpumpe. Schade, dass das Feuer erloschen ist. Ich habe Durst. Warte mal. Kann man hiermit jetzt vielleicht das Ding verstärken? Genau. Zum Salon. Hier finden wir noch so einen Käfer. Guccinelli de Warby. Ein weitgehender, harmloser Käfer, der Schwirfel in allen Formen liebt. Bekannt dafür, dass er eine Schachtel Streichhölzer in einer Stunde verschlingt. Okay. Cool. Was haben wir denn hier alles? Ein Gewehr mit einem Rohr für Patronen und Schwarze Blut. Leider fehlt mir beides. Hier haben wir noch ein Messer. Ein Dolch. Brief von Barbers Vater. Er scheint nicht für seine Jungen da gewesen zu sein. Ich habe beschlossen, meine Experimente zu verstecken. Unter den Bediensteten könnte sich ein Spion befinden. Ich habe in der Bibliothek ein drehendes Bücherregal eingebaut. Ein geheimer Raum neben einer Bibliothek. Barbers Vater war wirklich paranoid. Entweder ist er kaputt oder Barbers Maschine bringt das Magnetfeld durcheinander. Na gut. Sonst gibt es hier nichts. Was haben wir denn hier? Leere Feldflasche. An dem Wappen fehlen vier Teile. Wir haben erst zwei. Gut. Dann wissen wir schon mal, wo die Wappenteile hinkommen. Sie haben identische Pendanten. Also, es muss sich ein zweites. Das Gemälde ist an die Wand genagelt. Ist hinter der Leinwirt etwas versteckt? Warte mal, das können wir aber mit dem Brieföffner vielleicht rausfinden. Einmal das Bild kaputt machen? Damit kann man kaum Papier schneiden. Ich brauche etwas Schärferes. Oder wir machen es mit dem Schleifstein. Schärfer. Ausstellungsstücke. Es ist sinnlos, dort zu suchen, solange ich nicht weiß, wonach ich suchen soll. Hier unten blinkt was. Hier wurde schon lange nicht mehr geputzt. Ich stecke meine Hand bestimmt nicht in den Spinnweben. Jetzt machen wir mal einen Besen schnell. So, und finden noch einen Hammer. Auf der anderen Seite der Tür ist ein Schlüssel. Hier fehlt eindeutig die Hand einer Frau. Wie wäre es zum Anfang mit ein paar Blumen? Na gut, wir gucken mal, ob wir hier unten den Brieföffner schleifen können. Dieses winzige Ding, das will nur zerbrechen. Na gut. Schade. Versuchen wir etwas anderes. Können wir die Fackel noch mitnehmen? Also die Laterne? Nee, geht leider nicht. Die Feldflasche ist ja leider auch leer. Briefe von Babos Vater. Er scheint nicht für seinen Jungen da gewesen zu sein. Warte mal, das können wir doch hier mitmachen, oder? Ah, geht leider nicht. Was? Jetzt können wir hier die Briefe mit dem Brieföffner öffnen. Es hilft mir nicht, wenn ich ihn nicht von der anderen Seite herbeiholen kann. Du kannst noch Papier runter tun, dann da das rausziehen. Kann man eigentlich Mecheln? Nein. Ich habe, du hast. Ein roher Demand, im Moment, das ist wirklich ein Diamant. Kann man nicht... Machen wir vielleicht. So. Dann schlagen wir den da raus. Warum können wir hier nicht mehr die Kohle mitnehmen? Ein Diamant haben wir jetzt. Was können wir mit dem Diamant hier machen? Schleifen. Nicht. 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 Dann kommen wir hier hin. Zum Verlies wollen wir nicht. Das geht auch nicht. Unter den Bediensteten könnten sie... Ich habe in der Bibliothek ein drehendes Bücherregal eingebaut. In der Bibliothek. Da sind wir ja noch nicht. Für was brauchen wir denn ein Diamant? Gut, da fehlen sich vier Teile. Ich weiß nicht, ob das hier stimmt. Habe ich noch irgendwas übersehen? Wie soll ich denn hier Feuer machen? Matthew kann ich auch nicht irgendwo hinschicken oder ist hier irgendwas? Da war nix. Solange ich nicht weiss, wonach ich wohnen soll. So egal, besser ist hier nix zu machen. Ich brauche etwas schärferes. Warum kann man die noch nicht schleifen? Ich brauche etwas schärferes. Ich bin gerade ratlos. Ich habe Durst. Wir brauchen irgendwie Feuer. Warte mal. So. Wenn ich den Schlüssel nun herausstoße, fällt er auf das Kehrblech. So. Und dann so. Gut. Dann können wir das Ding rausziehen. Haben wir den Schlüssel. So. Wir können dann damit hier rein. Gut. Zur Lobby im Obergeschoss. Na gut. Ich würde sagen, dann gucken wir uns hier in der nächsten Folge an. In der nächsten Aufklärung. Jetzt habe ich zwei Folgen aufgenommen. Das reicht erstmal. Ja. Dann sehe ich. Sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke euch fürs Zusehen. Und ja. Bis dann. Ciao.